Im Bus wird es relativ viel Platz geben, wenn wir morgen hier ins Stadion fahren, aber wir werden uns schon was überlegen. Ich habe es gerade gesagt, das ist eine schwierige Situation, aber das ist eine Herausforderung, die es gilt sich zu stellen und das werden wir tun. Wir werden da sein morgen und werden beißen und uns in dieses Spiel reinarbeiten. Es gibt natürlich nicht mehr personell allzu viele Alternativen, nichtsdestotrotz haben wir noch ein paar und da gucken wir mal, wie wir das angehen werden. Am Ende wird es wie immer sein, wir schauen nach uns, respektieren nichtsdestotrotz den Gegner. Ich glaube, die Rollen sind klar verteilt und das Schöne am Fußball ist, dass du trotzdem nie genau weißt, mit 100 Prozent, wie so ein Spiel ausgeht. Das ist das, was wir wollen. Die Jungs haben drei fantastische Leistungen gezeigt im Pokal und haben sich dann damit in das Viertelfinale gebracht. Jetzt wollen wir dieses Spiel spielen. Bayern München ist immer extrem schwierig, das geht jedem so, aber wenn Bayern München, dann im Pokal und zu Hause. Und dementsprechend ist es genau das, was wir angehen werden mit all dem, was wir haben. Also ich glaube, das ist mehr oder minder selbsterklärend. Wenn jeder versucht, sich in den Menschen, und jetzt spreche ich nicht vom Sportler, sondern in den Menschen Alexander Nübel hineinzuversetzen, was ihm da widerfahren ist, dann ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, wie es ihm geht, beziehungsweise was das mit einem macht. Ja, ich möchte die Thematik jetzt hier in der Pressekonferenz nicht anschneiden, weil ich heute vor dem Training mit beiden Torhütern sprechen werde. Und dementsprechend werde ich das Ganze erst mit den Jungs besprechen, bevor ich das hier thematisiere. Ja, ich möchte die Jungs besprechen, bevor ich das hier thematisiere.